...für ein gefährlicher Spieler ist, nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Neuer Spielstand, 3 zu 0. Wie der Treffer! Eine millimetergenaue Flanke, perfekt verarbeitet. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen mit der nötigen Portion Entschlossenheit, das hat er richtig stark gemacht. ...holt ihn sich wieder, den Ball weit rausgehauen. Er versucht, Drill Dustin, unser Bursch! Ein fantastischer Abstoß mit einem herrlichen... Mbappé mit einer ganz starken Aktion, wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein... Von Mastem! Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde! Fantastisch! Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Normalerweise läuft das hier unter Ferndistanz, aber nicht für einen Spieler mit seiner Schussmächte. Unglaublich! Ich bin mir nicht sicher, ob man das aus dieser Distanz direkt versuchen sollte. Vielleicht wäre er besser beraten, das mit einer Reingabe zu versuchen. Von Mastem! Von Mastem! Das guckt der Ball ist im Nuss! Das also wird... Genau so müssen sie die Sache jetzt angehen. Sie müssen jetzt so lang... Aber sowas von deutlich, das ist... Der FC Barcelona mit einem weiteren Wechselgleich. Was für ein Tor! Eine absolute Augenweide! Super! visaturedbe sut especialer 及 cordon um daraufhin automatisch. Punkt 8 Punkt 1